moin oder was geht herzlich willkommen hier auf meiner weiteren video und zwar einen neuen format hier auf meinem kanal wer länger überlebt auf jeden fall mit dem sniper das heißt wir dürfen nur mit sniper mit dabei ist pingbro tv erstmal hallo sagen bitte hallo so lass gerne leichter und abo bei ihnen auch erste linke beschreiben findest du sein kanal würde man so freuen auf beiden support und wie gesagt wer länger überlebt nur mit sniper der wir überhaupt uns hielen danach mini medkit ja dort ist dürfen wir okay gettler wo müssen wir landen oder ist es frei komplett auf der kompletten karte müssen getrennt landen das ist das wichtigste getrennt okay gettler also wir dürfen nur mit sniper spielen womit bauen leute nicht vergessen wir sind gerade im baumodus das wird ich bin selber gespannt weil ich bin nie so gut sniper also in fortnet und wo sind bin ich sehr gut wenn ich es selber habe ich habe gewonnen sag mal so kann es einfach dann probieren wir hier ich habe eine krone du hast eine krone ich würde sagen mir böse oder so ich habe null ich habe null leute weil bis jetzt habe ich kein gegner gefunden der mit krone spielt also gewonnen hatte besser gesagt so was ist denn das sind hier was ist das siehst du das ja da ist ja gerade der krieg von auge aus ging okay okay krass okay so da bin ich sehr gespannt wo landest du ich lande hier hinten wo habe ich markieren sie landest du ja 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 oder gut wenn du es nur mit sniper kills machen denn wie meinst du da heißt wir müssen es ist eine längere leben challenge und wir dürfen nur mit der heavy mit sniper mit sniper okay mit sniper überlegt ob der squeeze geht ne 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 ich gehe dort hinten oder eine hier warte mal wenn mir überlege ich gehe diesen haus hier ich gehe zu diesem haus aber wo gehst du hin gehst du auch dorthin ich gehe vorne an okay also wie gesagt zum ersten mal dieser format auf meinen kanal weiß sie gerne möchte mehrere davon schreibt gerne kommentare was als nächstes video ob wieder länger überleben oder halt nur mit pump spielen oder wie auch immer oder was verkacken ich weiß nicht ich mache das zum ersten mal tatsächlich aber ich denke nicht denk ich denke ich denke nicht so natürlich fängt hier sehr gut an weil in dieses haus kein einzigen snipers und keine einzige waffe doch hier oh oh mein gott ein biggie werden wir trinken ich habe schon mal zwei an dem so ah ja kanaden auch nicht doch gar nur zu verwenden gibt mir doch gut schwere scharfschützen gewährt die heavy sniper bitte umbauen dürfen wir auch nicht vergessen deswegen sind wir gerade im bau modus drinnen und das ganze ein bisschen schwierig schwieriger ist zu machen tatsächlich noch so gern bitte eine sniper hier hey du hast keine 50 extra leben ja also muss auch dran denken also ich weiß ich weiß was digger also als ob ich bis jetzt kein über snipe habe guck dir das an die wieg so eine geile waffe rum aber nicht vergessen nur sniper ich war jetzt darf die nicht mehr so jetzt weiß ich machen kann jetzt schon sniper aber besser als nichts ich habe bis jetzt nichts komm schnell mach schnell aber das ist gut das ist gut so komm ja noch eine noch eine noch eine sehr wichtig was ist das ja angeht sogar wer sagt das vermutlich mal ernsthaft nicht nö warum sollte ich na klar warum na klar warum sollte ich eh nö ich seh dich doch da am rand digger ey man ich finde bis jetzt keine sniper ey oder ich hab ich mach auch mit der hapune die ganze zeit diese Fischwärme also ey 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 also ach so einen Huhn ich hab so eine gute sache Hühner dürfen wir auch verwenden ja also aber musst du halt überlegen wie du die kills ist schwierig hey alles ob bis jetzt keine sniper da will mich doch verarschen guck mal wie schön hier das die sind fisch magisch das ist so schön hier man kann es einfach alles sehen so im blau lieblings vb mashallah bruder auto kommt die waren noch bei mir nein bitte nicht da habe ich auch nicht angehören die machen hat glaube ich denke ich mal mit der aufgabe also ich hab keine sache jetzt ohne let's go oh da steigt aus ja wo ist ja normal ich habe wo du bist ja gerade in der stadt drin ah wo da ist bei mir ey ich hab kein ich glaube ich gehe da müdlich erst müdlich erst müdlich erst müdlich erst müdlich erst müdlich erst ich hab noch aber egal wie glück kann man so haben alter was wenn du nicht selber möchtest ich bin ehrenmann gönnen sie dir die junge ist das ein sniper das ist ein sniper oder ne perfekt wo ist du ist dein sniper wir haben noch diesen fischi der so lecker ich komme ehrenbruder und basis hier hey ich verarsche die gerade wie gerade das panzer hat immer jetzt schon wieder panzer kaputt hey bruder hinter mir ist ein auto oder wie sollst du dir hochkommen ey aber aber können sie das runter schmeißen alles runter schmeißen aber ich habe ganz keinen bock um was zu job weil die zone die zone kommt ok vielleicht schon nicht hier passen naja guck mal das ist eine seilbahn wo da ist eine seilbahn da ist eine seilbahn ich weiß weiß was wo ist na hier ist eine seilbahn wo sind die oder sohn kommen müssen mich verarschen als ob er nicht drauf war oh man ja was hast du ich habe keine sniper ey es gönnt nicht aber ich habe keine sniper es ist ja gut wie ist gut dann kannst du dir keine kills machen und so alles und wenigstens hast du nichts zu verteidigen auch wenn es in deinem ständisch ist auch ja richtig nie verbrauchen ich kann hier verbrauchen ich kann hier verbrauchen also mir ist egal ich habe es auch pack ein sniper das ist doch unnormal bevor ich das aufnehmen hier habe ich so viele sniper gefunden und plötzlich wo ich diese channel starten möchte finde ich kein einziges sniper schmutz schmutz ich brauche eigentlich kills oh mein gott ich habe ihn gehütet dankeschön erz erste kopfschuss vielen dank dass du für mich auch aufgaben machst sie sind sehr lieb oh mein gott aber keine sniper der will mich doch verarschen war es ja auch nicht drauf warte mal nie du ja ich habe ihn wichtig oh ja sniper double sniper jetzt jetzt ich double sniper jawoll ich habe jetzt wieder eine heavy ich habe jetzt wieder eine heavy bo jetzt bist du dead und sogar eine blaue oh man 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 wie glück kann man so haben alter bei dir wirklich ey die war verzieht aber nicht als sniper die zählt nicht als sniper nee nee die das ist kein sniper ey und sollten wir einen sieg holen beide zusammen denkt daran der zählt die zählen die kills also ich würde raten ob sie machen ja ich weiß ich weiß ich wünsche dir auch viel glück und ich habe einen battle bus man kann auch auf autofahren ne na klar fahrer auto oh mein gott die ist auch nur sniper aber du kannst aus 50 meter sehen wer ob da jemand mit dem auto ist der hat leider keinen tank drin so warte mal fahren wir ganz kurz hier ich bin heute richtig im gönner modus kapi ja bei dir das ist schlecht ich könnte ja natürlich jetzt ein sniper geben also eine habe ich habe schon zwei sniper aber wenn du mir einen happy selber gibt davon einer aber bin leider nicht so ich brauche mich noch ein paar kürze wenn ich eine parlor wenn ich noch eine andere finde dann sage ich dir bescheid oder kann sich ehre wichtig jump digger jump hat ey was ey diese unhilfe bro hallo die sohne kommt ja schon ja zack schnell 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 sind bei lazy ne oder ne was wie lazy tilte towers alter ach lazy fisch nein warum nicht die äh dings überhaupt geöffnet bin ich dumm wichtig wo richtig inwiefern macht die denn überhaupt gerade äh die macht eine hat also bei mir steht eine hat ok ich glaube ja müsste mal lieber ein bisschen na komm los schneller ja wie weit sind ist es so noch halt mal was was ey ich muss ja sagen Pechrunde für mich sniper moni auch jawohl du musst ja die ganze Zeit noch Moven hier du kriegst die ganze Zeit sitze und ich nicht ja eben aber alles gut ich habe was zum heal sehr guten bei denen brauchst du aber auch noch hier ja also ich würde dir raten wikis hast du bei mir wird null angezeigt ich habe aber sind alle genug bei dir guck doch auf karte da siehst du doch nicht meinen armen mach ich gleich wenn ich ein sohn bin moment oh man ich habe meinen angel nicht bitte oha wie wie sieht das alles hier aus oh mein Gott tschschsch die meisten Leute checken auch gar nicht, dass man bauen kann, das ist so geil ist so oder wird sie gar keinen hier gönnen? doch, lol, danke ach, hier sind Gegner so, jetzt versuche ich meine erste Sniper Kill oh, schade, man, der ist reingegangen oh, Mist und also ich kann dir sagen, seitdem die Season kam mit diesen 0 bauen, habe ich vergessen zu bauen ist das normal? na klar, das ist normal ja, das ist normal, weil es ist ja zugekriegt worden aber ich finde echt krass dass sie endlich ja klar klar gut, okay, ich sag dir ehrlich, ich bleib lieber bei dem Baumodus ja, das ist eine Geschmackssache ich würde dann beides benutzen manchmal nicht bauen, manchmal bauen so, weißt du eben, eben das ist immer so also, ich würde feiern ein bisschen mitbauen und ohnebau ich finde beides geil na ja, zum Glück haben die ja diesen Modus gemacht bauen und null bauen da finde ich echt krass aber wenn ich besenden, das finde ich nicht scheiße, ist schon scheiße oh, nein bro, my name ich bin kein Sniper ich bin kein Sniper ich bin kein Sniper ja, wo nochmal ein WG zwei WG guck mal, dort hinten sind Sniper guck mal, hinten einfach drei Sniper ah, daneben den Metz ah, wir werden entdeckt vielen Dank oder? also du, das war du das warst du ah, auf mich wird geschossen oh wie Glück kann man haben, alter ey also, mit Sniper ist das echt bitter wirklich wenn du sagst ja, nur mit PAM ist ein machbar aber mit Sniper, Digi na klar, Sniper ist auch machbar ja, aber Sniper ist das aim aim muss sitzen oh mein Gott, war der knapp oh, gut, dass der Dings da war ui wie findest du durch die Season eigentlich oh, ganz gut Herr Lami ach, hör mal Herr Lama oh mein Gott, das ist das ey, denk dann, mit Pater hast du keinen Gegner killen nee, nee ich kill nur Lama hier tot wichtig so, jawohl, der hat mir einfach der hat mir einfach alles gegeben oh, bitte lieber Lucha, bitte mal hab was Gutes oder, oder challenge nur mit denen hier, wie heißt es hier nee, jetzt war auch nicht Sniper Sender nein, 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 nein so, als Vorschlag nein, verkackt nein, 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 nein ich kann die Bauen Schmutz nochmal oh noch vier Leute, alter, was oh mein Gott boah, ich muss jetzt ein paar Käse holen, Digi oh mein Gott, hatte ich jetzt einen getroffen also hinten sind welche, ne aber wenn ich dann rechts von uns reinkommen oder so, Digi oder mit Raketenwerfern Challenge der Hedge Bock, alter nur mal Raketenwerfer ja, war kackst du, er ist recht, Digi warum weißt du, wie ich jetzt sehe, da schaffst du es mal einkühlen ehrlich mit neuen Raketenwerfer da schaffst du keinen kühlen oh 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 nein, nein, nein nein Digi noch drei Leute oh mein Gott, was knapp aber hier sind zwei wo ist der dritter yo ah, machen die auch Sniper-Duell mit uns stell dir vor, Digi oh mein Gott oh, wie viel Sniper-Munition hast du? ich hab 49, warum? kannst du mir was geben, bis jetzt? ja, klar äh, sorry alles gut, aber L-Munitionen mich auch gerne naja, komm ey wie gesagt oh mein Gott gefinisht alter, was hast du es gesehen? naja, er wurde ein Luftgolz Digi okay, zwei gegen zwei Leute aber ich weiß nicht, ob das Team sind sind das Team? ja spiele Teams überleben 4 2 gegen 2 da bin ich nee, lass mal da bin ich okay okay, 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 okay oh nee der hat den Kroh, ne? ey, komm mal hier rein komm mal hier rein komm mal hier rein geh mal da rein hier drauf hier rein nicht da rauf da rein wo? warte, warte, warte verweig mich doch nicht schiel auf R, Mann oder kein hier Bruder mies mies, eklig hallo bist du mich verarschen? man, 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 man jawohl oh, nee oh, wenn ich das Ding jetzt noch hole pass auf, wenn du das, wenn ich das Ding noch hole 100.000 Euro 100.000 Euro? ne, 100.000 W-Bucks dann ja, okay ne, schenkst mir einen Battle Pass ja, ne, dann musst du mir den nächsten Season einen Battle Pass trinken oh, okay, dann muss ich sagen, machst du bis jetzt guter, du musst dich tatsächlich hehlen schau mal, mach ich noch Mann, Alter ich hab, ich hab den Challenge leider verloren Sniper Challenge länger überleben und ich hab ein oh mein Gott erregel noch zwei Leute aber hat bis jetzt das ist ein bisschen Spaß gemacht aber irgendwie ein Pechrunde die haben einfach keine Sniper gefunden nix aber hier hatte ich sehr gute Ziel hatte ich okay da versucht auch zu snipen ja, versuch nicht zu snipen aber du musst mit Pumpguns was auch extrem dumm ist und so ist das mit Pumpgun ich höre, wo jetzt konnte ich meinen Hedger-Sniper was und der ist tot 1 gegen 1 1 gegen 1 oh, schade, schade ich habe falsch anbekommen du hast du Angst, dass ich jetzt runtergeschrafen werde oh je 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 ich gebe dir nicht die 100.000 V-Bucks na klar, hast du nicht gesagt ich habe gesagt, wenn ich na na was für 100.000 V-Bucks Siege das sind keine Ahnung wie viel sind das 1000 Euro 4000 Euro oder so ich habe nicht mehr oh mein Gott stark ich habe verloren aber trotzdem epischer Sieg alle, mein erster Sieg in Chapter 3 äh 3 Season 2 3 Season 2 10 stark ne, 11-Grundsiege stark, stark ich habe leider den Challenge verloren äh, aber ne, hab ich einen Sieg geholt eh Ehre, danke du hast eine Sieg-Krone erhalten Kuss vielen Dank jahre 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 sehr stark ich habe leider verloren vielleicht einen kommenden Challenge gewinne ich da zeige ich meine Rache wieder oder wie sagt man Rache ist süß was passiert ja Leute, ich muss aber sagen das war schon mein Video ich hatte gefallen wie gesagt, lass gerne ein Like bei mir und bei den äh, PinkbroTV oh mein Gott Glückwunsch jawoll äh, den Kugel Regenschirm perfekt hast du einen Sieg-Kunden Sieg? ne, wirklich ich habe keine Siegen geholt ich, 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 ich schaffe das nicht ich bin immer Sechster geworden also, heute ist tatsächlich zum ersten Mal Erster, ja perfekt IG, nice ja, aber wie gesagt bis zum nächsten Video check bingo äh, broTV erste Liga Beschreibung äh, joint gerne meinen Discord-Kanal da freue ich mich und freut euch auf den nächsten Challenge schreibt gerne Kommentare was ihr gerne möchten haben bis dahin, Leute bleibt gesund